Wo bist du denn, Em? Da bist du. Komm her. Upsi, eine kommt. So, jetzt kannst du dich weiter putzen. Wenn du Lust hast. Na, doch schon fertig geputzt. Aua, du bist wieder der Hackspecht. Oh, Emme. Vielen Dank. Oh, ey, Mannu, warum hast du mal so tolle? Oh, da hat er gespecht. So, geht da hin. 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 Vielen Dank. Das ist mir jetzt eine Feder in die Wimpern, ihr hängt, Dankeschön. Oh, da sehe ich schon wieder eine schöne, lange Feder. Warte mal. Womit ist die denn? Noch eine Tibi-Feder. Dankeschön, Tibi. Du wippst heute hin und her, Ähmchen. Hm, bist du schwerer als sonst? Oh, runtergehuckt. Willst du auch mal in die Hütte ein kleines Frühstück essen? Was meinst du? Oh, weg, weg, weg. Komm her. Beeps, peeps. Dankeschön. Wieder den Frühstücken in die Hütte. Ja. Denn. Tschüss.